Neu bei VOX Du bist die beste Mutter, die sich ein Kind wünschen kann. Du könntest sagen, sie sind eine ganz normale Familie. Ich lebe aus. Ich glaub, die hat Liebeskummer. Aber wer ist schon normal? Ich wandere aus. Ich will Ballett tanzen. Die Funkhausers sind wie du. Einfach einzigartig. Sex? Nein. Das Wichtigste im Leben. Die neue VOX Serie. Ab Mittwoch, 20.15 Uhr.